Hi Leute, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mitnehmen werde nach München zum Vorgespräch und ich bin jetzt soweit gerichtet und jetzt geht es auch gleich los. Wichtig ist immer, dass man früh losfährt und alles was ich dabei habe, sind die Unterlagen, die sie mir zugeschickt haben, da sichere ich mich auch immer ab. Einfach aus dem Grund, falls irgendein Fehler unterläuft und der Termin nicht eingetragen ist, kann ich nachweisen, dass sie mir den Termin gegeben haben. Ist nur einmal passiert, passiert auch relativ selten und eine Absicherung ist da ganz gut. Was ich mitnehme, noch weitere Unterlagen, alle Unterlagen, die ich sonst habe, die habe ich alle im Ordner abgeheftet und ja, also ich gehe das Ganze ganz entspannt an. Ich habe noch genug Zeit und werde jetzt noch schwimmt tanken gehen, ganz entspannt. Ich bin auch gar nicht aufgeregt oder so. Es ist ja nur ein Vorgespräch von dem her, ja genau. Und ja, im Laufe des Tages werde ich mich immer wieder bei euch melden und euch am Laufenden halten und mal schauen, wie die Fahrt wird. Am meisten freue ich mich einfach, dass ich während so einer langen Fahrt ein Hörbuch hören kann oder ein Podcast. Und das ist immer schön, wenn man das machen kann ohne Unterbrechung und bei zweieinhalb Stunden Fahrt kann man das ganz gut machen. Und ja, darauf freue ich mich. Ich würde euch auch immer empfehlen. Nehmt irgendwas mit auf die Fahrt, auch wenn ihr Zug fahrt oder so, wo ihr sagt, ihr freut euch besonders darauf, irgendeine Ausnahme, die ihr sonst nicht macht, weil dann geht ihr auch mit einem ganz anderen Mindset rein. Sei es Gameboy spielen oder irgendwas, was euch halt einfach motiviert, wo ihr sagt, dafür habt ihr eigentlich nie Zeit. Macht es. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall später. So, ich bin angekommen. Ich bin 20 Minuten zu früh, obwohl die Zeit relativ knapp war. Aber durch das, dass ich ja, dass ich ein bisschen aufgeholt habe und auf der Straße halt eben nicht so viel los war, dennoch nimmt auf jeden Fall genug Zeit mit. Ich habe schon wieder festgestellt, hier in München, also ich habe mich nicht verfahren oder so, aber du kannst dich echt schnell verfahren. Und wenn ihr mit dem Auto seid, nehmt mindestens, mindestens eine halbe Stunde mehr mit. Einfach aus dem Grund, du weißt nie, ob irgendwas passieren könnte, ob man Schiffe fährt oder was auch immer. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, ob es mir noch reicht, irgendwas zu essen zu holen. Ich habe ein bisschen weiter weg von der Klinik geparkt. Einfach aus dem Grund, weil ich das Video aufnehmen wollte. Ja, jetzt mal schauen. Ich gucke mal in Google Maps. Mein bester Freund. Und ansonsten schauen wir mal, wie es Vorgespräch wird. Und ich melde mich später nochmal. So Leute. Ach du Scheiße. Also ich bin wieder aus der Klinik draußen. Beziehungsweise von den ganzen Vorgesprächen. Es hat fast zwei Stunden gedauert. Ich war bei drei verschiedene Leute. Ähm, ja, ich bin als erstes reingegangen. Und da war ein Schild an der Tür. Und da stand, bitte dieses Gebäude nur mit FFP2-Maske betreten. Also das sind die hier. Und ich dachte, fuck, ich habe keine. Ich habe nur die medizinische. Und dachte, ah, fuck, wir sind doch in Bayern. Und ja, dann bin ich einfach reingelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, ähm, keine Ahnung, ist das überhaupt erlaubt? Weil die Dame an der Rezeption hatte auch eine medizinische, aber die hat ja noch eine Scheibe dazwischen. Und dann sagt sie, ähm, wissen Sie, ich bin Ihre Retterin heute und gibt mir dann diese Maske. Und dachte mir, okay, alles klar. Und ich habe die zum ersten Mal an. Hey, die ist ja übel. Die drückt hier richtig rein. Und ähm, ja genau, das war jetzt das Erste. Und Nummer zwei, ich bin bei der Ärztin gewesen. Und die hat sich meinen Arm angeguckt, hat alles nochmal mit mir besprochen. Kann ich jetzt hier so nicht wiedergeben. Die hat mir das alles aufgezeichnet und so. Wahrscheinlich mache ich ein extra Video dazu. Ähm, aber wenn es um die Nebenwirkungen geht, da würde ich am liebsten abschalten. Weil für mich ist es so, es wird gut laufen und da wird auch nichts schief gehen und so. Und keine Ahnung, ich will das eigentlich nicht hören. Aber ist klar, die müssen das aufklären. Und das finde ich auch richtig, dass die auch, ja, äh, die Nebenwirkungen besprechen. Bei der Narkose genau das Gleiche. Ja, es kann dazu kommen, dass sie keine Luft mehr kriegen und so. Weil ich mir denke, nein, das wird nicht schief laufen. Das wird einfach nicht schief laufen. Punkt. Und ich bin da auch guter Dinge, dass da auch nichts passiert. Ähm, dann wurde mir Blut abgenommen. Und dann musste ich noch so Datenschutzblätter, also das war das dritte Gespräch, musste ich noch ausfüllen. Ja, also, das ist immer so viel Input, wo du halt im ersten Moment denkst, oh fuck, was wird da gerade besprochen? Und warum braucht man da eine Unterschrift und da eine Unterschrift? Aber das ist in drei Tagen wieder vergessen. Also, ich sag nicht, dass es unwichtig ist, was die da sagen, aber es gibt einfach manche Punkte, das ist genauso wie mit negativen Nachrichten. Wenn man sich ständig mit den Nachrichten befasst, dann wird das Mindset da drauf getrimmt quasi. Und ich bin eigentlich eher so ein Mensch, ich brauch diese ganzen Nebenwirkungen gar nicht, weil das wäre so, was wäre wenn? Und das interessiert mich nicht, weil ich bin im Hier und Jetzt. Aber ja. So, zum Essen hat es mir nicht gereicht, das heißt, ich werde jetzt die Kamera weglegen und ich werde jetzt, ähm, nicht auf die Suche machen und zwar über den Spaziergang zu dem Erika, was hier anscheinend 6 Minuten Fußweg ist und wir haben Bombenwetter und das mache ich jetzt. Genau. Und danach fahre ich nach Hause. So, jetzt muss ich mich doch nochmal melden und zwar, weil ich so überrascht bin auch mal wieder, was es für einen Unterschied macht, ob du in Bayern bist oder in Baden-Württemberg oder allgemein. Die Mentalität ist echt anders. Und außerdem, was uns auch mega gewundert hat im Einkaufsladen, wie leer das war. Ich war da schon mal und es war so rappelvoll immer. Und das kenne ich halt von München. Und jetzt gehe ich in den Einkaufsladen, als wäre es ein Dorf. Also, und die Hygienemaßnahmen, wie sehr darauf geachtet wird, im Gegensatz zu uns. Und überall, wirklich überall steht, nur betreten mit FFP2-Maske. Und dann die Leute, die hier spazieren, die einen, die laufen nebeneinander und haben gar keine Maske an. Und dann gibt es halt Einzelgänger, die einfach mal den Weg über ne Maske anhaben. Verrückt. Ich, ähm, bewundernswert auf jeden Fall. So, und jetzt, also wir haben insgesamt, ich glaub, wie viel Grad haben wir jetzt grad? Vor allem, ich hab die Fernsteine nicht unten, damit man mich auch gut hört. Wir haben 29 Grad. Ähm, jetzt wird's langsam heiß im Auto. Äh, ja, ich werd mich jetzt auf dem Heimweg machen. Und dann melde ich mich da nochmal. Aber ich bin froh, dass ich die FFP2-Maske jetzt nicht mehr an hab. Das war schon heftig jetzt grad. Neue Erfahrung, neue Erkenntnis. Bis später. So, ich bin zu Hause angekommen. Rückfahrt ist gut gelaufen. Und was will ich euch noch mitgeben? Also, was ich euch auf dem Weg noch mitgeben kann und möchte, ist, schaut ihr das Video nochmal an und macht ihr Notizen. Es gab einige Tipps, wie zum Beispiel, was ich mitnehme. und was ihr nicht vergessen solltet, was ich heute vergessen habe, ist, ähm, ein Ladekabel fürs Handy, weil mein Akku war jetzt genau noch bei zwei Prozent. Und das ist ein bisschen unpraktisch, je nachdem, für was ihr das natürlich nutzt. Ich hab das während der Autofahrt benutzt für Google Maps, also, als Navigerät. Und, ähm, ja, je nachdem, ob ihr jetzt im Flug seid oder im Auto, schade auf jeden Fall, dass ihr vielleicht eine Powerbank mitnehmt. Und, was ich euch noch als Tipp geben kann, trinkt viel. Also, trinkt während der Fahrt sehr viel. Der Grund dafür ist, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Also, es wird wahrscheinlich so sein, dass ihr, ähm, pinkeln müsst. Also, in den Becher pinkeln müsst, damit die, die Urinprobe nehmen können. Und deswegen kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Macht es auf jeden Fall. Trinkt viel, damit ihr keine Probleme habt und damit ihr nicht dafür ewig warten müsst. Und, äh, ja, das wär's eigentlich schon gewesen. Ähm, war mega cool. Ich kann Münchenbogenhausen immer wieder nur empfehlen. Es sind einfach richtig coole Leute, richtig gute Ärzte, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und alles Weitere, also die detaillierte, der detaillierte Aufbau von der OP, wie genau und was genau gemacht wird, werde ich auf jeden Fall in einem anderen Video machen, weil ich dieses Video nicht zu lang machen will. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser Vlog gefallen hat und dass ihr auch mal einen Einblick gekriegt habt. Und wie gesagt, ich hab ja vorhin am Anfang, ich glaub, zweite Sequenz oder so gesagt, dass ich, ähm, dass da was schiefgelaufen ist mit der Zeit, dass ich die Zeit doch unterschätzt hab. Also, auch bei mir laufen Dinge schief, auch wenn es vielleicht nicht so den Anschein macht, aber es ist tatsächlich so. Und ich bin, was die OP anbelangt, jetzt genauso ein Anfänger wie jeder andere. Ich mach den Weg genauso. Ja, ich, ähm, schau natürlich bei anderen Leuten, wie es bei denen abgelaufen ist, so wie du wahrscheinlich dieses Video anguckst. Und hab mir dann auch ein paar Fragen notiert, wo ich gesagt hab, die würde ich gerne wissen, zum Beispiel mit dem Corona-Test. Ähm, es ist tatsächlich vorgekommen, dass einer, der in München drungen Häusen, äh, den Corona-Test machen musste oder beim Hausarzt oder wie auch immer, der musste für den Corona-Test bezahlen. Ich hab da extra noch mal nachgehakt. Und das ist nicht bei mir so, vielleicht ist das auch krankenkassenabhängig, ich weiß es nicht. Da kann ich auch keine genauen Angaben machen. Und deswegen schaut euch immer mehrere Leute an, auch nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die diesen Weg gehen. Einfach aus dem Grund, damit ihr schon im Vorab, vorab schon richtig viele Informationen habt, um dann alles Weitere zu bearbeiten, um, äh, den Ärzten dementsprechend die Frage zu stellen. Die sind da relativ offen, die nehmen sich auch mega viel Zeit dafür. Also alles gar kein Thema. Deswegen macht euch da gar keine Sorgen, dass ihr da nicht, ähm, ausreichend aufgeklärt werdet. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sei mutig und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.